Wird schon gut gehen, dachte sich dieser unerschrockene Fahrer wohl. Aber leider werden bei Schnee und Eisklette aus harmlosen Hügeln nun einmal oftmals unüberwindliche Hindernisse. Sehen Sie hier, wie man sein Auto besser nicht durch den Schnee manövrieren sollte. He needs to let off the brakes and let the... Oh, shit. And we have another one.